was ist das gezählt? 1,2,3,4,5 ja, behalt's nur wir sind mehr schon ich seh gar nicht alle mal an die Gruppe kommen jetzt wer jetzt Bock hat bissl Krawall zu machen wer Geld braucht kann oh wer nicht genug Geld oder sowas das können wir alles klären wir sind genug Leute wär schön wenn wir so 15 Leute zusammenkriegen einfach Gruppe join wer sich hier von einem Standpunkt entfernt und immer noch in der Gruppe ist wird gekickt wir müssen erstmal die Leute zusammenkriegen danke so schubst mal den Henrik an der kleine Knecht da soll mal kommen 1,2,3,4,5,6,7,8,9 die sind schon neu geil 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 oh Mann Crazy Nils ist nur so ein Informant der jetzt ein Bull alles sagt warst du mit Crazy Nils? nein der war doch vorhin bei uns schon die Gruppe ey Crazy Nils ist eigentlich ein Bulle also der ist Bulle warte mal Simon stell dich mal hier hin hier nehm ich sollen wir jetzt alle mal so eine Reihe machen bitte so wo stellt euch mal alle bitte neben dem Simon auf in der Reihe und bitte die Waffen runter wo zur Hölle ist Simon? Simon ist hier 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 einfach mal nebendran damit ich mal gucken kann wie geil ey werde jetzt mal den Namen durchgehen wenn nicht hier ne es wird gekickt Geil Mann geil 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 alles klar dann guck ich mal hier durch alles klar dann guck ich mal hier durch Lodieren Lodieren fehlt jemanden noch irgendwie ne Waffe oder Geld fehlt jemanden Geld ne Waffe deine Waffe oh wie viele hier sind da halt ja mir Junk da hat noch kein Stronger wäre und ich bin echt fremfalt und gefilgt die Bulle wird gefilgt dann geht mal ein Schritt vor 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 das ist stehen für Geld brauchst du? wo die mich holen ok Simon holt du Geld 100.000 für ne Waffe alles klar kriegst du kriegst du alter Ticket ist doch ein Bulle hey ich schau mir noch mal kurz ne anderes Scope Bobby Joint sicher dass ihr nicht mitmachen wollt ihr kriegt auch Kohle wir sind hier schon ganz schön viele das wird der Fist des Jahrhunderts sicher frag mal deine Kollegen noch wir können gerne hunderte für jeden ja wir können ja das ist nicht random deathmatch man wir waren wir machen ne Geiseln aber wir werden erstmal vereinzelt in die Stadt gehen und den Geisel rauspicken und irgendwo vercampen ja ja aber wir werden auf alle schießen wir werden ja leider auf alle schießen was nicht in unserer Gruppe ist gut ist so wenn ihr da seid dann werden die Bullen wahrscheinlich nicht Kokafeld und so konstruieren weil wir sind gerade am Kuchen ja gut aber dann musst du mir ein bisschen Geld geben sonst schicke ich sie da hin ja ha 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 jetzt aber sei der Mann nicht sei der Mann nicht oder sagt wir kommen mal bei euch vorbei nein nein ich müsste ihm kein Geld geben ich habe ihm schon 100.000 gegeben oder wir kommen bei euch vorbei also 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 das wird so gut und dann das wird so gut mit dem ich habe mich vorhanden bei der Polizei gerade drin ich glaube ich gehe jetzt Salzfarm ich glaube ich gehe jetzt Salzfarm alles gar geht du mal deinen Weisen Salzfarm aber aber du? ja Oliver hey für 2.000 ich gebe dir 200.000 und du sollst dafür aus die Bullen gekommen oh 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 okay 200.000 gibt's dir wir lenken alle ab hier wir machen richtig Radau gibst du mir 200.000 dann war die Sache geregelt so Leute ich habe mal für euch 200.000 noch organisiert was der Kripp braucht so wer jetzt noch ein bisschen Geld braucht soll mal ansagen wer Geld braucht die Moneten fliegen Junge ähm wir bräuchten wir bräuchten 50.000 für den Informanten alles klar Mama machen wir ja gleich das ja taten sorgt mal dass der Hendrik mal kommt unser Pilot hier der Hendrik muss mal kommen wir müssen mal eine Heli holen äh ich könnte auch Heli holen gell ich habe einen Hummingbird und einen Mohawk ja wir brauchen einfach einfach zwölf Leute drin Platz haben das war aber nicht so abgesprochen da fehlt da ist das ist ne 1 und keine 2 keine 2 ja dann komm mal mit hier hinten irgendwo hin dann erkläre ich dir den Ablauf mal jetzt wirst du abgeknallt hier ist der Eifer so man der kann gar nix unterhalte die Leute mal da hinten ey Party soll ich immer auf den Tiersen rum dann mach ich dann mach ich Stimmung es gibt jetzt 100.000 wenn alles klappt dann kriegst du noch 100.000 alles klar du bist dein ja machen wir das so dann mach das so dann mach das so ey ich hole die Leute mal auf den Test ok ok dann mach das so ok wenn nicht dann weißt du bescheid wer dich besucht ne ne ey Chris soll ich dich mal auf den Test holen jetzt so Leute jetzt warte mal warte mal warte mal ich muss jetzt eben mal kurz was abregeln dann komm ich gleich dann bespreche ich mir ob sie auf den TS gehen oder Group Channel nutzen ihr könnt euch schon mal Gedanken machen ein bisschen denken Public Channel hoch wir können nicht hier unten bleiben wo alles geschlossen ist Alter Henrik waaah Alter der flippt aus wenn der das sieht also ich könnte ein Hummingbird stellen gell ja von dem Hummingbird aber ist ein bisschen was äh ein bisschen Mau wir haben ne Mohawk ja ich hab auch ne Mohawk aber das ist halt äh kauft euch noch was zu essen nicht das war da unterwegs wieder weil ich am liefer Hunger stimmt ok Jungs der Informant hat sich dann doch zurückgezogen der will nicht zu rattig sein alles klar gut dann holt euch was zu essen was zu essen ey Chris ey Henrik Junge wir haben richtig viele Leute ne wir haben hier 12 Leute alter Sekunde Sekunde wir haben hier richtig viele Leute angezogen haben nochmal 100 Euro äh 100 Dollar bekommen und 200 kriegen wir nochmal 100.000 100.000 ey wir müssen die Tops vom Cannabis Feld weg halten nochmal richtig braucht ihr noch mal ein Heli ja ja du musst kommen Junge ja ich komm doch jetzt chill doch mal wir müssen oben in einen anderen Channel gut läuft gut der Heli kommt gleich der Heli kommt gleich was wir zu vorschlagen Alex was soll man machen ja irgendwo wo viele Leute sind dann ein paar Geiseln nehmen in verschiedenen ja ganz genau so Fünfergruppen oder so wir können den Geiselnamen in Kavala machen aber richtig fett aber richtig dann irgendwo alle zusammenführen die auf so einen Haufen kicken am besten noch im Polizeirevier am besten noch im Polizeirevier und sich das Polizeirevier erobern soll irgendwie im Knast landen und da alle reinpacken alle die bereit sind mal hier in den Kreis setzen alle mal genau wie kann man so reinsetzen wie geht das? das müssen wir mal machen mit dem großen Ohrkeim so ne Sammelrunde machen bis der ganze Körper ins Nass ist ich weiß gar nicht was hier gerade abgeht wenn du das sehen würdest wie viel wir hier gerade sind wie kann ich mich so bekloppt hinsetzen? äh mit äh weiterfeuer und vor allem ich könnte ein bisschen rum oh jetzt fährt der mit dem Auto über alle drüber wenden alter passt auf ey pass mal auf dass er sich rumfährt hier pass mal auf dass er sich rumfährt hier wollen nicht Munition doch schnell lock dich ein wir brauchen nen Heli man so Leute der Heli ist unterwegs wie siehts aus äh TS oder Group Channel nutzen der hat auch ne Arsch auf oder? warte mal warte mal pass mal auf jetzt wir schreiben den TS im Ding im Group Channel Kollege hier ey siehst du die Leute dahinten kannst du zählen wie viel das sind dann schieß mal hier nicht mit dem Ding hier rum ha 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 der füllt den Arsch auf leider das ist doch voll getroffen sonst hast du hier ein paar Küggelchen in deinem Arzt ha 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 du hast ja noch so 30 Mann ey also ich schreib dir mal die TS IP im im Channel also ich schreib dir mal die TS IP im im Channel passt auf gut aber schreibst die im Channel im Group Channel nicht im öffentlichen sonst haben wir ja bald Party ey wir müssen jetzt wir müssen nach oben im Channel wir können nicht hier unten bleiben ich mach uns mal ich mach uns hier im Channel aber mach den oben nicht dass wir hier ja dass die das sofort sehen wo wir sind da stellt kommt geh alle dahin kommt wohin die IP? ja irgendwie 7 8.4 äh 4 7 und so gibst du die geb ich durch ok ja gut ich werde die nämlich alle gleich so das TS das ist irgendwie der fünfte Channel wo wir zusammen sind wir sind jetzt grad vier Leute wir sind jetzt grad vier Leute so ja der Channel heißt Altes Live der Channel heißt Altes Live mich mich Alter die Bullen sind so weit ey mach uns vier hier mal kurz einen Channel ab damit wir immer wissen wo wir sind damit wir ganz oben im Channel sind Moin Hallo Hallo ja wo ist Henrik bist du schon in der Gang drinnen? ey ich bin noch gar nicht auf den Zuber Alter Junge dann komm mal ich war gar nicht scheißen ja dafür darf ja wohl Zeit sein ok man das sind nur 7 Bullen ey die armen die werden ja die die kriegen richtig aufs Brett ey wir wir werden den jetzt drohen damit die uns ne ne Million oder so überweisen weil wir einfach mal fast doppelt so viel sind wie die wir sind einfach mal elf ey wir sind einfach mal doppelt so viel und dann werden wir die Kohle einfach aufteilen ja also ich sage äh wir sind eine Elfer Gang und wenn die nicht das Wort in den Müll rüber rücken gibt es richtig Stress und das machen wir trotzdem eine wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich dann knall wir die trotzdem ab dann haben wir trotzdem unseren Spaß ey da kommt ein Heli zwei noch mehr Leute hier soll ich jetzt mit dem Morca reinkommen oder wie doch das ist ja wie spielt ihr die Katzenlöse Party out können die Heli ist jetzt zu uns oder wie nein nein unser Heli kommt noch nein unser Heli kommt noch nein unser Heli kommt in der Garage hinten Henrik warte bist du der ist vor euch hier schreibt bitte nochmal die RP rein ich komme aus dem Euro die ganze Zeit sind einige oder? alle vor mir nieder aber jetzt wollte ich nicht noch mehr hergern ah da haben wir noch mal Leute lass sie mal hier rekrutieren wohnt auf wo? sie müssen rein ins Kollektiv Attacke lauft dann ist wenn ich bei ja wieso die Heuschrecken ja aussaugen wo ist der hin? ah Tobias bist du wieder da viel Spaß euch ja komm rein da sind alle Leute hier viel Spaß euch ey Tobias mach doch mit wir machen jetzt richtig geil Partys Alter die Polizei wird einfach keine Chance geben sie hat keine Chance Tobias du kriegst 100.000 wir werden die Cops erpressen wir müssen uns alter nein alter ey pass mal auf da hinten nö so ich bin da moin ah da ist unser Heli da hinten ja also wenn ihr uns zieht bitte so warte mal nicht in den Heli einsteigen jetzt kommt mal alle mit zum Heli boah hervor alle mit zum Heli alle mit zum Heli und stellt euch mal mitten in eine Reihe damit ich gucken kann alter der Typ da rots uns gleich weg der Typ da rots uns gleich weg ey lass uns mal bitte raus hier der Typ da rots uns gleich weg passt mal auf ok der ist jetzt weg ey Leute was macht ihr denn jetzt nochmal genau ja Ryder wir machen jetzt ein bisschen Krawall und machen eine Geiselname und werden die Cops erpressen kommt wir den Lappen nehmt ihn als Geisel nehmt ihn als Geisel nehmt ihn als Geisel wir schreiben denen ein paar SMS dass sie nicht da das sieht so ums aus Riders willst du mitmachen? also es gibt nicht mehr Infos kriegst sie dann später wenn es soweit ist ey jetzt ist der wieder am MGE Alter kriegen wir voll auf die Fresse jetzt ey was Ryder? ey wie hat der Reifen kaputt geschossen? ja ganz im Ernst ey da schießt du die ganze Zeit auf und vor so ey stellt euch mal bitte vor die Medien in der Reihe auf ich gucke es werden Testsilfen wenn ich bitte nicht bewegt alle hier haben die Abflussbauer alle mal aufstellen in der Reihe in der Reihe in der Reihe ich kann nicht den Namen schlecht lesen Jungen der kriegt jetzt noch nen zweiten Reifen pass mal auf einen Schuss an Maxi so so hier guck hier guck ey gib mir jetzt mal alle Namen ey wir sitzen da ne Jank Jank Jank? bist du hier? ja boah du bist ja doch von gestern ne? ja ey aber du verrätst nix sonst schieß ich dich da so ey Alter knallt den mal ab ey wer kommt auf China jetzt umzuschießen neilige Scheiße neilige Scheiße Simon bist du auf dem Test? ja dude dude bist du hier? ja der ist auch auf dem Test ja repeat repeat ja jas 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 die Frage ist ob alle Platz haben ja mann da passen 12 oder so rein da steht auch noch ein Mohawk aber den Krieg kann man nicht mehr kaufen geh und die passen 6 8 10 rein na sollte reichen wie sie alle rumwuseln mach das Ding auf Junge Ah, ich bin drückt! Yes! Ich bin auch noch drin. Nein! Oh, okay, es ist voll. Ein nach dem anderen muss rein. Also, ganz diszipliniert. Ja, ich auch. Okay, wir müssen mit zwei Helis fliegen. Hat jemand noch so einen dicken Heli da? Ich hätte noch einen Hummingbird. Ja, ich hätte auch einen Hummingbird mit zur Seite stehen. Probier mal jemand noch reinzusteigen. Einer nach dem anderen. Als Pilot kann ich noch. Dann lass mich als Co-Pilot rein. Ich bin schon Co-Pilot. Ich bin rausgeflogen. Ah, jetzt bin ich irgendwie Pilot. Hey, ich glaube das sind diese Oliver und der Ryder. Was denn? Oder wer macht das hier? Drei Leute noch. Okay, jeder nach dem anderen bitte. Oh, einer. Keiner mehr rein. Keiner mehr rein. Okay. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Okay. Jetzt abheben, damit der nächste ist ein Heli holt. Wer fliegt? Ne, einer passt noch rein. Einer geht noch hin und rein. So, ich bin drin. So, soll ich auch noch versuchen? Ey, wer... Ey, ey, hier Ding. Alter, ich... Das Ding ist voll. Henrik, Henrik, gib mir mal die Schlüssel noch und äh... Alter, what the fuck. Kann jemand fliegen? Ich kann nicht fliegen. Ja, dann lass mich als Pilot rein. Nein, ich mein, ich bin hier draußen. Ich muss rein. Ich... Ich... Ich würde noch einen Heli holen, dann können wir mit zwei fliegen. Ja, Leute. Ich kann... Ich kann... Ey, äh, Simon. Wer... Ey, wer von euch kann fliegen? Crazy Nils, kannst du fliegen? Ja, klar. Dann flieg ab. Hoch mit dir, hoch mit dir. Äh, warte. Lass mich mal los rein. Pass auf, wen muss ich jetzt hier die Keys geben? Wer muss ich die Keys geben? Ey, wer fliegt jetzt mal, baby? Steigt jetzt nicht ein und aus, äh... So, der Heli, jetzt voll machen oder nimm mal los. Ey, Sekunde noch nicht abheben. Wer fliegt jetzt mal? Wer fliegt das jetzt hier? Das bin ich gerade. Ja, wie heißt du, Ingen? Crazy Nils. Und ich kann fliegen, ich bin schon im... Ja, ja, ja. Das ist gut, du kannst. Ryder? Ja, ich bin trotzdem hier alleine. Wie heißt du Ingame? Warte, warte, warte. Da hat noch Platz. Nils. Nils. Nils wird mir nicht angegeben. Ja. Von raus. Ihr seid so scheiße. Boah. Okay, okay. Das ist Deviltag. Zwei haben nicht Platz. Deviltag, noch einmal ein Stück in die Kugel rein. Also ich, Alex, gebe euch einfach noch mehr. Sorry, Mitch. Hab nur deinen Namen gesehen. 2 passen noch rein, oder? Nee, 3. Okay. Zwei haben nicht Platz. Zwei haben nicht Platz. Das heißt... Ich, Alex, geh bei Smidge noch mit. Ja, jemand soll noch raus. Dann fliegen vier im Hummingbird mit. Alex, geh noch rein. Platz noch rein. Ja. Ja. Alex, geh noch rein. Geh hoch. Achtung. Einer noch. Einer geht noch rein. Einer geht noch rein. Nein, einfach hoch jetzt. Der Rest geht in den anderen Heli. Einfach hoch. Wir müssen ja aufgeteilt sein. Ruhe. Ja, das können wir in der Luft bereden. So, ihr seid jetzt oben, gell? Ja. Guck mal, die nächsten Heli ganz easy. Let's go. Schau haut da rein, ne? Ich halte die Cops weg, macht euch keine Sorgen. Wir halten euch die Cops weg, ihr könnt... Nicht so hoch, nicht so hoch, nicht so hoch. Ey, ich muss jedes Mal wieder lachen, wenn sich der Zeustick da bewegt. Damit ihr wisst, wann die Cops kommen. Jo. Das macht es nur so weit oben. So, du kannst... Komm als Truppel los rein. Ja, komm als Truppel los rein. Können wir fliegen und so? Komm als Truppel los. Du kannst auch mit 280, mit 15 Meter über Boden lang brettern. Ja, wenn ich jetzt aber auf 500 Meter hoch gehe, dann kann ich schneller das Stützflug fliegen. Und dann... Weißt du? Ja, aber weißt du, wie lange du raus bist? So, wo gehen jetzt ist? Also, wir wollen bei... Platzbank, Altes. Ja. Nein, wir wollten mit's Geiseln und mit Kavala und so. Nein, das geht noch nicht. Das ist noch zu früh. Achso, was machen wir dann? Wir machen mit's Geiseln dann. Wir machen mit's Geiseln dann. Wir machen mit's Geiseln dann. Richtig Kravall mit Kavala und überall. Genau, mit Kavala wollten wir. Also, das heißt aufm Hospital landen? Wollen wir wirklich? Warum nicht? Nein, wir könnten... Wir könnten sag ich so machen. Wir könnten... Wir könnten ein bisschen außerhalb... Irgendwo landen. Bei der Heli-Garage. Oder irgend so. Und dann holen wir uns irgendwo ein paar Autos und fahr mit denen daheim. Weil mit Helis kann man nicht gut was machen dann. Dann lass uns, äh... Ja, kann man auch... Das ist der... Warte mal... Kavala Yard? Ne, 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 ne. Der ist auch ein Bär hinterm Krankenhaus irgendwo. Bist ihr sicher? Ansonsten können wir auch Karsel gehen. Da können wir auch nicht drauf. Ja, dem Karsel ist der Beste. Dann können wir die Helikopter landen. Ich hätte kurz ne Frage und so. Ich bin eh nicht mehr lang hier drin. Aber, ähm... Was macht ihr jetzt? Also, überfällt dir jetzt irgendwelche Leute? Oder? Nein, das kann ich jetzt nicht sagen. Kann ich jetzt nicht sagen. Ja, ich mitmache. Ach so, kann ich aber so nett, wenn ihr ein Little Bird und so einen großen Hügel bei den Hügel oder so sieht? Ne, das machen wir nicht. Ne, das machen wir nicht. Ne, das machen wir nicht. Aber, sie überfällt uns nicht. Nicht? Oder schon? Nein, überfallen ich nicht. Nein, überfallen ich nicht. Überfallen jetzt das mal. Ja, das geht mal langsam. Ja, ich wäre... Wir können jetzt eigentlich in der Burg. Das wäre das Beste, weil da kann jeder landen mit Heli. Ohne Probleme. Äh, fliegst du mal, Henrik? Ja, wohin denn? Ihr Kavala, Junge? Die sind schon längst... Die sind über uns. Ne, die sind über euch. Ach so. Okay. Magst du dir das mal kurz? Ja. Wollen wir jetzt Kavala zur Burg fliegen? Kavala Burg. Ja. Das ist ein Action jetzt mal. Ihr fliegt schon mal vor, weil ich bin eh schneller. Haha, okay. Kavala Burg und dann rocken wir das. Ja, so wir fliegen jetzt nach Castro. Ja. Genau. Links vom... Direkt bei Kavala. Links vom... Ja, ich mein links vom... Ich wette mit euch, die da unten sind, schneller gelandet als mich und ganz so hoch. Ja, natürlich sind sie das. Natürlich. Du bist vielleicht schneller an der Strecke, aber bis du diese 500 Meter da runtergeeiert bist. Haha. Ja, wir kommen schon aufm Weg um ein bisschen runter. Aber hier... Ich weiß gar nicht, wo ich hinfliegen soll. Wo ist denn die... Kavala Pro? Mach du da ne Marko. Kavala. Wie beim Police HQ. Genau. Setz den Checkpoint oder so. Du kriegst. Du kriegst richtig. Jaja, ich wusste nicht welche Festung. Ach Tobi, ich hab nen freundlichen Heli aufm Radar. Ah, das sind die Mongos wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht. Oder wir sind das. Ja, das ist... Ich seh ihn aber das ist... Ah, da rechts ist er. Das war... Das war hier Tobias wahrscheinlich. Was für ne Farbe hat der? Rot. Ja, ist jetzt weg vom Radar. Also... Da war noch ein anderer Orca. Was war noch ein Orca? Ja. Ah ne, das sind die anderen. Die Salze. Ja, das war Tobias. Das war Tobias. Der hat mir auch gesagt, wir sollen keine Edis oder so überfallen. Und Haki, Jan? Sollen wir euch irgendwo mit hinnehmen? Oder kommt ihr zurecht? Dann müsst ihr so nur noch ein bisschen abschleppen. Fünf Kilometer, Alter. Wer will die SMS schreiben? Ja, das machen wir, wenn wir mal alle in der Burg sind. Erstmal alle schön gesichert und so. Wollen wir von der Seeseite kommen? Das heißt einmal ne halbe Kurve fliegen? Ja, machen wir das nix. Oder fliegen wir über Kavala direkt? Nein, nein, nein. Nicht über Kavala. Okay, das heißt über die See. Ja. Ja. Damit ihr uns nicht sehen. Also nochmal ein bisschen ein Stück links fliegen am besten. Ja, perfekt. Und wir fliegen. Das ist sogar noch ein bisschen mehr rechts. Ja, ist richtig. Fliegst gut. Du fliegst zu weit. Links. Ja, ich drehe jetzt gleich wieder raus. Ich muss ein bisschen übers Meer raus. Ah, okay. Cool. Hast du den Punkt markiert, wo du hin musst? Ja, hab ich. Weiter links, weiter links. Ich habe das GPS auf. Alles klar. Orientier dich einfach bei den anderen. Man kann ab und zu auf die Öffnung. Jetzt. Einfach geradeaus aufs Meer und dann irgendwann rechts. Ne, du fliegst schon zu früh rechts. Jetzt geradeaus, jetzt geradeaus. Lass mich nicht mehr weiter. Einfach uns folgen kannst du. Alter, wir sind viel zu hoch, ey. Ja. Geh mal jetzt schon ein bisschen runter. Ich würde sagen, der Hummingbird klört zuerst auf und dann kommt der Orca rein, okay? Ja. Wollen wir erst landen und dann kommt ihr runter oder wollen wir... Ja, sicher. Ihr landet, saved us und dann komme ich runter. Ja gut, weil ihr habt definitiv mehr Männer drauf. Wenn sie uns dabei erwischen, dann... Ja, die kriegen uns nicht das schon da runter. Ja, wir kriegen das dann, ja. Da würde ich mir jetzt mehr Sorgen im Hummingbird machen. Ja. Ja, man. Ein paar Schüsse und der fliegt da raus. Wie beim Tobias vorhin, ey. Die haben einfach... Ja, ey. Zwei Schüsse. Zwei Schüsse und der ist rausgeflogen in der Nacka. Ja, Taser ist da direkt durch. Ja, das ist voll mies, ne? Ja, jetzt, ähm... Ja, Taser ist mega auf. Okay, ab jetzt höchstens zur Achtung. Wir kommen rein. Ja, Taser ist mega auf. Wie gesagt hab, ob er nachläuft. Wie viele Leute haben jetzt im Heli Platz? Neun oder zehn? Zehn. Zehn, aber wir sind mehr als zehn. Ja, wir sind elf. Ja, wir sind elf Leute im Channel. Wo wollt ihr hier landen? In der Burg. In der Burg. Ja, aber hier ist nirgendwo Platz. Klar, hier ist egal. Oh, da ist direkt das Polizeirevier, ne? Ja. Ja, ja. Wir wollen ja nur Geisen nehmen. Versucht mal rechts von uns zu landen. Ein paar Leute bleiben dann drin. Mach mal auf. Und es gibt nur einen Eingang. Achso. Ich drücke Chris. Das ist besser. Das ist besser. Ja, ihr könnt landen. Ja, ihr landen am besten. Versucht mal zu landen, wo wir hier sind. Ja, nein, nein. Hier ist relativ viel Platz. Hier direkt unter uns. Hier bei uns. Nicht direkt. Jetzt bisschen links noch. Wir stehen hier. Versucht mal hier zu landen. Hier ist viel Platz. Okay, mach ich. Ihr habt gehört, dass Karin. Der hat gesagt, dass hier ein Polizeiheli irgendwo ist. Ja, da vorne? Ja, da vorne? Ja, da vorne? Ja, da vorne. Ja, genau da vorne. Der landet da irgendwo. Stell dir mal den Heli. Ah, der ist ab. Ja, wir nehmen einfach einen als Geiger. Probier hier zu landen. Der schießt. Wir werden beschossen. Tschüsse. Flieg weg, flieg weg. Hier runter. Wir werden beschossen. Hier runter. Hier runter. Ich muss runter jetzt. Was steht das Ding? Mach Autohover an. Nein, der kann da schon. Der kann da schon. Wer zählt, schießt einfach auf uns. Die cops. Ja, mach mal. Dürfen die auch nicht. Ja, hier kann zu landen. Hier kann zu landen. Bisschen weiter nach vorne noch. So, Ladies, einmal wieder aussteigen. Alle. Das ist noch alle in den Mord stellen. Ich glaube, der schreckt. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. So, die Bullen werden erstmal durchgefickt worden. Ja, wir brauchen mindestens drei, vier Leute, die den Eingang sichern. Ja. Ich habe mich oben mit zwei auf den höchsten Punkten. Dann gehe ich übernehmen. Leute, ich übernehme das jetzt. Ich übernehme das jetzt. Ich übernehme das jetzt. Ich übernehme das jetzt. Mit dem Turm. Ich schreibe den Bullen jetzt in eine SMS, dass wir eine Geisel haben, ja? Die Geisel ist jetzt einfach mal... Simon, du bist jetzt einfach mal die Geisel, ja? Ja, okay. Ey, da ist ein Achtung direkt am Habern. So, und ich werde den Cops jetzt sagen, wir sind hier zu zwölf da. Marcel landet da im Heli, das Bullen-Heli. Und wenn... Das ist ein Bullen. Oh, da sind aber einige Leute dran. Wo? Ich habe gerade beim Rangefinder einen Visier. Gut, ich schreibe jetzt den Bullen. Die sollen jetzt... Wir haben eine Geisel und wir sind zu zwölf, wenn sie nicht... Äh, die sollen jetzt einen Kopf vorschicken, der einfach nur was zu essen und zu trinken mitnimmt. Oh, wir haben Sniper rausgelassen. Achtung. Wo, auf dem Hospital? Auf Mors bitte. Ne, nicht auf Mors bitte. Ne, nicht auf Mors bitte. Auf dem links. Ja, ich weiß, dass es fängt Ding. Nils, wie weit ist es weg? Das Sinn, lass mich kurz gucken. Ja, der ist spotted. Sag mal, schieß das Sinn. Ja, knack mal. 550 Meter. Den weiß ich hier. Oh, der Mann. Ja, der Heli kommt. Der schießt schon. Oh, den schießt. Ja, der schießt. Ich schießt. Wenn den Heli landen, schießen wir, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich sehe ihn auf dem Dach. Warte mal, warte mal. Soll ich den Farb machen, oder? Ich habe es geschrieben, die sollen den Sniper vom Dach wegziehen, sonst schießen wir. Oder töten wir ihn. Der schießt. Ist nicht mehr auf dem Dach. Doch. Ist noch. Nach meiner. So, da fällt sich irgendwo. So. Komm, jetzt schießt ihn ab. Schießt ihn auf dem Dach. Ah doch, der ist dahinter. Der ist in Deckung gegangen. Ich wurde abgeschossen. Wer ist tot? Ne, ich wurde nur getroffen. Okay. Passt auf, leider. Aber ich weiß nicht von wo. Einfach hinlegen oder so. Irgendwer als Sniper-Viziere? Ja. Wir, Nils und ich. Den aber nicht. Ist ja rechts oder weiter links auf dem Dach. Weiß es nicht. Der ist hingelegt. Der schießt auf mich. Schaut jemand, dass keiner hochkommt. Das ist A-V-View. Repeat, bist du neben mir hier? Kannst du mir, hast du einen First-Aid-Kit für mich? Ähm. Wo sollen der sein? Ich weiß nicht, wie ein Meter sind das. Der ist, wenn du die Treppe hoch, die Leiter hochkommst, direkt im ersten. Warte. Da haust du es oder? Ich wurde getroffen. Also ich habe noch 80. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon benutzen sollten. Ich glaube, das bringt eh noch 75, oder? Ja. Achtung, der Heli kreist. Ich werde jetzt mal den Heli unter Feuer nehmen. Wo ist denn der Typ? Der hockt auf dem Gebäude. Der ist hinter diesem einen. Ganz oben auf dem Dach. Ja. Ja. Ja, ich, ich kann kurz davor dahin zu laufen, mit ihm wegzusnacken, ja. Der lehnt uns, der lehnt uns. Der Polizist kommt, glaube ich, jetzt langsam hoch. Ja, auf dem Weg zu uns ist jemand. Ja. Ja, ich sehe ihn. Ja. Ne, ich sehe ihn nicht. Ganz unten ist da. Seift mal den Eingang. Ja, es müssen sich ein paar hinsetzen. Äh, Officer Sergeant Red kommt. Soll ich den abschließen? Wo ist der? Ah, nein, nein, nein. Der ist vor der Burg, unten, vor der Burg. Ich werde beschossen. Schießen ab. Ich geh mal kurz runter hier. Ja, am Eingang. Ja, wir müssen jetzt mit dem ein bisschen verhandeln. Der, ich such mir mal eine andere Position. Der ist sehr, sehr nah am Eingang dran. Sehr nah, ja. Hat er eine Waffe? Ja, das ist ja durch mal ein paar Minuten, dass der nicht durch kann. Ja, da hat eine Waffe. Ich habe es geschrieben, wenn ich der Einsatz leider nicht in einer Minute meldet werde, werden wir alles zerstören hier. Ähm, und der soll sich melden, weil wie sollen wir mit dem kooperieren, wenn ich hier keine SMS zurückbekommen. Ich will nämlich, dass die hier einen nackten Cop hochschicken, der uns Essen und Trinken hochkommt. Okay, okay, jetzt kann ich von meiner Seite aus kommen. Zwei Stück. Einer ist hier oben. Schieß den ab. Was? So, weg damit. Gut so. Soll. Der hat einen K18. Will die die Hand? Hab ich schon. Gut. Da hat nur einen Mäck, hat nur einen Mäck. Auf dem Hedi. Kann mal irgendwer bitte diesen Dingens wegholen, da den Typen? Ey, wie, auf dem Dach? Äh, auf dem Dach da. Ja, dem kümmere ich mich drum, wenn ich einen Spot habe. Beschuss. Ach der Link. Wir wollen nicht mit uns kooperieren. Fech gehabt. Weil wir sie töten. Ey, habt ihr mal... Wie kriege ich... Ich habe keine Munition für die Waffe scheiße jetzt. Was für welche? Die MX? Die MK. Ah, sowieso nicht. Ah, wisst ihr wie ich das mache? Ich snipe jetzt den Typen mal auf dem Dach. Dann geh erstmal. Ja, mach mal. Auf welchen Dach hast du denn? 500 Meter. Auf dem Bankdach da oben. Ey, wie kann man Zeroing erhöhen? Bild auf, Bild ab. Mit Page Up, Page Down, ja. Ah ja, das geht nicht bei allen Waffen in dem Fall. Oh, ich wurde getroffen. Wow. Ich hoffe mal, dass da nicht der Next einfach so reinreizt. Ich seh den gar nicht. Der hockt hinter einem dieser Lüftungsdinger. Da unten ist er dran. Ah, jetzt. Hier ist er da unten. Hier ist er da unten. Boah. Ja, wir haben jetzt genau unter Kuss. Geht, glaub ich gar nicht. Ah, ich seh den Bullen unter uns. Kaum mit 300 Meter drüber schießen. Ne, ne, da ist keiner drin. Der eine, der ausgestiegen ist, den glaub ich hab ich gekillt. Warum reagieren die nicht auf meine SMS? L4U, geh runter, Junge. Das ist doch gar nixig. Guck mal, ich hab was. Kopf, 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 Kopf. Okay, also ich könnte treffen mit meinem Visier darüber. Beim Polizeidach ist einer drauf. Soll ich ihn wegmachen? Oh, ja. Oh, drauf, wenn du kannst. Gieß ihn weg. Ich seh den Typen, den Sniper seh ich nicht mehr auf dem Ding. Medica. Alter, von, von, ähm, kann da mal jemand auf 100, auf 150 Grad mal gucken am Strand könnte einer sein. Ja, Helikopter, Helikopter. 150 Grad, warte. 150 Grad, guck da mal mit deinem... Ah, ich glaub kam gerade quer. Da ist niemand am Strand. Ja, ja, nicht genau am Strand, aber vielleicht an den Häusern oder so. Hab einen. Sehr schön. Da unten fährt Auto. Guck mal, dieser, dieser S-Red, Alter, der kommt schon zum zweiten Mal. Normalerweise darfst du nur einmal kommen. Mhm. Ja, dann sag den das. Schreibst du mal Admin? Sonst geh ich gleich auf den TS, Alter, und beschwere mich. Er ist wieder da. Er ist wieder... Hier komm ich hin. Ich geh auf den TS, Leute. Hier kommt einer. Wo? Geh es hier, wo ich hingucke. Ey, hey, mal mindestens zwei auf die Tür. Ey, Leute, ich leg mich kurz hin. Ich geh bei den auf den TS und sag dem mal Bescheid. Wo ist der denn? Keine Ahnung, da. Der ist ja hochgerannt eben. Wir hatten das gar nicht gesagt. Hier hoch? Da an der Mauer war der. Bischen Eingang rein oder was? Kann gut sein, ich hab keine Ahnung, Mann. Schuss auf mich. Schuss auf mich. Okay, ich weiß, wo er hockt. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Wo ist er? Der hockt am Strand. Am Strand, ja. Oh ja, wie weit ist er? So am Strand, weit ist denn das? Was? Oh, ich seh den nicht. Kann den mal jemand spotten irgendwie? Oder sagen irgendwelche? Ja, der hockt auf, auf früher. Der haut grad ab. Ja. Ich schieß grad auf den. Ich seh den nicht rennen. Jetzt ist er dahinter, hinter dem Baum. Alter. Ich wurde gesagt. Ich brauche nur mehr die können. Oh Mann, als er mir wohnt von Dingle Cloud Magazine. Kann man ja, ich kann dir welche geben. Ne, ich hab ne andere Woche. Ich hab ne andere Woche. 6,5 oder was? Ey, auf dem Polizeidach ist einer. Ich habe, ähm, Dingle, 5,56er. Ich scheine den bissl zu treffen. Aber der verzicht sich immer. Ey, der Red ist unser drittes Mal da jetzt. Ja, der Red. So, ich schreib jetzt nach. Hat mir nen Headshot gegeben. Jetzt ist, jetzt ist vorbei. Jetzt beschwere ich mich. Der wird ja, Henrik. Ja, ich snipe den jetzt. Warte. Seid mal schnell, seid mal schnell, seid mal schnell. Nils, wer ist das neben mir? Da ist ne Spieler gesehen. Mario, ich fließe heute zusammen. Auf Polizei, da ist einer. Guck mal hier, wer ist denn neben mir? Auf, bei der Burke. Ist ganz oben. Bin ich. Oh, oh, wie der geflogen ist. Hier ist einer auf dem Stein. Ich hab einen Polizisten auf dem Polizeidach ausgelockt. Ja, direkt von uns. Oh, ein Meter. Das war Sergeant Red. Ich hab ihm ein Handy gegeben. Was sollen wir jetzt weiter machen, außer hier stehen bleiben? Hey, einer liegt auf uns. Sieht direkt am Strand. Ich hab ihn. Ich muss kurz schauen, wie weit das ist. 500, 450 liegt einer. Warte mal, geh mal weg hier bitte. Wer grad so um die Ecke blieken will. Irgendwo ist ein Heli. Das sind noch First Aid Kids. Ja, ist gehittet. Ja, ist gehittet. Die Waffe macht keinen Wunnen, das ist so scheiße. Ja, vor allem ist es übel dunkel. Ein bisschen scheiße, dass ich nicht mehr lief. Was ist denn jetzt unser Ziel bis jetzt? Ich kann einen Polizisten sprechen hören. Okay, ich sehe jemanden auf dem Dach. Police. Polizisten im Gebäude, wo der Avi getroffen hat. Ich hab einen Polizisten in Abort getötet. Wo? Wo? Der war der Eingang, der war der hier direkt am Eingang. Ja. Innen- oder Ausnahmeingang? Da war noch einer, ich hab noch einen getötet. So, wieder da. Was haben Sie gesagt? Ich geh mal kurz dahin und hol die Muni von. Ich hab Mario getötet. Chris, was haben Sie gesagt? Ähm, ne, ich hab mich nur gesagt, dass sie sich mal bei mir melden sollen. Das soll der Roadplay hinter uns hier mal ein bisschen haben. Und nicht einfach... Ja, hast du auch gesagt, dass die nicht CMA kommen dürfen? Ja, und wegen Unterbesatzung, weil wir so viele sind, hat der Admin gesagt, dass es gerechtfertigt ist. Es ist nix gerechtfertigt, wenn der Typ dreimal kommt und mich beim drinnen mal kailt. Ja, das ist wirklich asozial. Äh, macht ihr mal bitte aber nicht aufs... Hey, wo war der andere Bulle? Wo war der zweite Bulle? Aufs Haku, bitte nicht schießen. Ich hab den schon getötet. Ja, wo war der, wo ist der Tod? Der liegt ja am Eingang vor dem inneren Tor. Lag der. Wo lag der andere? Genau da links. Einmal links in der Ecke, einmal rechts in der Ecke. Okay. Einer kommt vielleicht jetzt in den Eingang. Passt auf. Ja, der rotzt einfach direkt weg. Alter, warum zittert denn mein Typ so stark? So, wer ist jetzt erst gestorben? Auf mich wird geschossen, auf mich wird geschossen. Runter, Leute. Runter, runter, runter. Ja, der liegt jetzt in Cypher. Geh weg, geh weg, weg. Wir sind von hinten. Leute, wer ist jetzt gestorben? Nur Henrik? Oder noch jemand von uns? Okay, Henrik, du bist eh nicht wichtig. Egal. Alter, mach mal. Egal. Weiter geht's, man. Ich hab, ich hab mich, äh, der Admin, äh, sagt es, denn jetzt sollen mich die sich bei uns melden, weil die wollen ja ne Forderung. Ich will, dass der hier nackt hochrennt und mir was zu trinken gibt, weil ich, äh, ich, mein Charakter halt auch durst, ne? Wenn die das nicht machen, dann ist das ein scheiß Server, weil das ist kein Roleplay hier. Ja. Also ich hab 10 trinken dabei. Ja, egal. Es geht ja nur ums Prinzip. Naja, hat jemand, äh, 5, 5, 5, 6er? Okay. Ich brauch's denn nicht jetzt, aber... Wem? ...für'n Notfall, ein, zwei Magazine, weil ich hab jetzt die Ding, die Snyper aufgerufen. Wem denn? Ich hab genug. Warte mal, pass mal auf, jetzt schießt erstmal keiner. Nein, 5, 5, 6er, Annie. Ach, 5, 5, 6er, okay, ich hab einen 6er. Ich seh, einer zu uns kommt, soll ich ihn eliminieren? Ja, wenn er hochkommt, dann kann man sofort abschießen, ja. Passt auf, drei Cops, drei Cops kommen. Drei Cops, drei Cops, drei Cops, Leute. Bis laut. Okay, ey, Leute. Könnt ihr mal jetzt kurz... Jetzt hab ich aber eben schon ein Headshot gegeben. Jetzt einmal kurz aufhören zu schießen, okay? Da kommt ne Heli. Da haben ein Typ genau auf uns zu. Wenn der, wenn jemand in die Burg reinkommt, töte die. Wir haben mal in der, in der SMS geschrieben, wenn die Burg kommt... Leute, es kommen... Hallo, vier Leute, man. Komm jetzt gerade. Ja, die kommen immer neu. Das ist jetzt ein bisschen scheißer. Aber bitte nicht aufs HQ schießen, das hab ich denen gesagt, ne. Nicht aufs Polizeirevier schießen. Guckt da einfach gar nicht erst hin. Hallo, kann man nach ganz oben kommen, bitte? Warum? Ich komm. Vier Leute, Nils. Bei dir auf dem Dach. Die kommen hier hin. Ganz oben auf der Burg. Ja, ich komm mit dem Hyper-Kodobo. Da unten ist irgendwo einer. Ich hab da grad nen Namen gesehen. Da, seinen Täter. Da, sanitäter Patrick. Sanitäter Patrick steht da. Zwei Leute sind da. Bis jetzt. Aber hier sind mehr. Ich bin am Eingang. Darf ich bitte schießen? Wenn sie reinkommen, schießen Sie ab. Die wollen reinkommen. Ja. Sobald sie sich nähern. Wechsel kurz Position, damit ich auf die schießen kann. Ey Leute, schießt mal nicht. Ich hab gesagt, wir stellen das Feuer ein. Aber die schießen. Die schießen. Die schießen. Vom Strand, vom Strand. Wenn die auf uns schießen. Dann schießen Sie sich zu. Ja, aber runter, runter bitte. Weil ich bin jetzt. Ich fordere einen. Wir fordern jetzt eine Million. Wenn die das nicht geben, dann könnt ihr weiter schießen. Aber wartet bitte. Geht einfach runter. Und guckt einfach. Wir können hier nicht runter. Das sind Lücken zwischen. Wenn wir gehen, dann werden wir abkneiden. Nein, nicht. Ich meine nicht runter auf dem Boden liegen. Damit ihr gar nicht erst gesehen werdet. Einfach mal save. Hat wer von euch Medi-Kid dabei? Nein. Ich werde jetzt nen Kopf. Was, Jester McFester was killt? Boah. Okay, Lincoln ist auf keinen Fall. Nein. Ich wurde getötet. Wo bist du? Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, wo genau? Fuck die Bitch, Alter. Wo seid ihr? Was macht ihr denn? An der Burg oben? Ich war an... Jemand ist oben in der Burg hier. Ich bin getroffen. Seine Teil der Patrick ist da oben. Wie kommt die denn da hoch? Es gibt doch nur einen Eingang. Durch einen Heli oder so vielleicht hinten. Der kreist ja. Der steht hier bei euch unten. Wo? Hier unter euch denjenigen, die da oben stehen, so schräg runter. Das ist ein Friendly der da steht. Alter wir verpissen uns jetzt. Das ist ein Sanitäter Out Patrick. Out Patrick, killt den. Wo steht der denn genau? Der war auf mich geschossen, ich kann den nicht weg. Ist da mal ein Tor in der Nähe oder wo? Mach mal bitte die Gruppe auf. Der ist hier bei den Felsen irgendwie. Der steht da außen bei den Felsen. Warte mal. Warte mal, ich öffne die. Aufmachen jetzt kurz auf. Jointchen rein und dann klühen sie wieder. Bist du drin? Hab ihn erledigt. Haha, Wichser. Sehr schön. Bist du drinne? Ja. Die sind so schlecht. Alter, ganz ehrlich, ich möchte hier weg, man. Alter, das läuft gerade übel super, die sind so dumm wie die Scheiße. Warte, das ist noch einer, das ist noch einer. Warte mal. Da war noch einer, hier. Hey Jungs, ich bin jetzt unten in der Stadt, weil ich neu respawned bin. Ey, ich habe keine Ahnung, wo die Leute sind. Wer ist noch tot aus von mir? Modern Warfare steht da unten. Modern Warfare steht da unten. Ich? Willkommen zum Rebellen, Haku. Wir fliegen wieder hin. Könnt ihr mal irgendeine Richtung ansagen oder irgendwas, wo die genau stehen? Modern Warfare steht unten rechts am Felsen irgendwo. Wo am Felsen? Irgendwas, was in der Nähe ist. Ihr steht doch da oben, an dem... Ja. Wenn ihr jetzt da Richtung Stadt guckt, Richtung da wo das Bullenquartier ist. Da unten dran. Da unten am Felsen muss da irgendwo stehen. Da kommen wieder, die kommen hier hoch, man. Wir haben keine Chance, wenn die immer wieder kommen, wir verbissen uns jetzt ganz ehrlich. Na ja, das ist mir die Schalste, wenn direkt ein Haku hier ist. Da kann man nichts mehr machen. Ja komm, abrücken jetzt. Geh mal irgendwie alle zum Heli. Da liegt wieder den Orca. Gebt mal alle hin zum Orca, hinter den Orca steht ihn nicht rein. Aber erstmal sichern, bis der komplett an ist. Alle zurückziehen. Und den Orca aufmachen, wer die Schlüssel hat. Ja. Ist offen. Sag Bescheid, wenn wir kommen können. Ich will noch nicht reinsteigen. Mach den Motor jetzt an. Kommt mal rein jetzt alle. Geh mal rein jetzt. Fliegen wir gleich da hin. Was? Mach den Humming-Bord schon mal an, Jungs. Ja. Dann kann man schnell, wenn ich loslaufen kann. Jester, du bist gar nicht in der Ruhe. Okay, Orca's ready. Eine noch mit dem Humming-Bord. Ich glaub jetzt. Kommt alle rein, schnell. Warte. Aber nicht zu viele. Fliegen wir einfach hin. Nein, 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 nein. Alle rein jetzt. Nein, warte, noch einer, noch einer kommt. Was mit dem Humming-Bord? Jetzt los. Dann sind wir hier. Ja. Los rein. Flieg, 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 flieg. Flieg, 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 flieg. Flieg, 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 flieg. Ja, du Scheißkack-Pratze. Alter, diese Bullen. Ja, das kommt die einfach stecken. Das ist halt wirklich nur Scheiße von denen. Es ist immer das Born. Ich troll jetzt mal den da vorne. Was? Ich troll den jetzt da mal vorne. Ey, Nils, du weißt, was letztens aus dem Trollen geworden ist. Hör auf. Lass den Scheiß, ganz ehrlich. Ich spiel nie wieder mit dir, wenn du zu den Scheiß jetzt abziehst, Mann. Der hängt da in der Luft. Nils, ich verspreche dir das. Ich bin weg. Das war ja aus Versehen beim letzten Mal. Naja, raus das Ding nicht, Alter. Das ist viels teuer, der Heli. Ach, ne Million. Und was war da jetzt so schlimm dran? Ne, ich dachte, du machst dasselbe wie letztes Mal halt. Also ganz knapp an dem vorbei. Also, gehen wir einfach zum HQ. Könnt ihr zum HQ nochmal fahren? Ja, ich drehe grad ne Kurve. Einen Moment. Ich mag's mir mal auf der Map. Ja, markier das kurz. Co-Pilot einmal kurz nach vorne fliegen. Aber der wird jetzt hinaufkommen, ne? Ich bin gleich wieder da. Ich hab ne Waffe aufgesammelt von einem gefallenen Kamerad. Der kann die Waffe gerne wieder haben, ne? Ey, ey, Viewers, jetzt geh. Seid ihr schon in der Luft? Seid ihr schon in der Luft? Seid ihr schon in der Luft? Ja, ich bin schon in der Luft. Weißt du was? Der Tippi, der kommt jetzt hoch. Der hat gesagt, der hat seine Cops jetzt zurückgeschickt. Und da hab ich jetzt mal eine Steckung verschlafen. Gut. Da ist keiner mehr in der Bucht. Ja, sie denken jetzt halt, wir sind da noch alle, weißt du? Ja, wir sind mit dem Heli weggeflogen, aber egal. Ja, ich weiß jetzt. War gut. Die stürmen euch Wetten. Ah, also wie viele sind jetzt gestorben von uns? Nein, wir sind nicht da. Drei Stück sind gestorben, das geht noch. Ah, das geht wirklich noch. Kommt ihr zum RebellenHQ? Ja. Dafür, dass ich AP und Headshot gegeben hab, bin ich jetzt so happy. Der hat sie auch verloren. Ich mein, der liegt da und regt sich nicht. Nicht. Leute, wollen wir zum RebellenHQ und direkt zur Bank gehen? RebellenHQ und dann direkt zur Bank. RebellenHQ, ja, und dann zur Bank. Ausfluss 9 Cops. 9 Cops. 9 Cops, du. Ja, das schaffen wir, oder? Wie viele sind 4? Wir sind 12. Wir haben das 9 zu 6 abgezogen. Devil Take, kommt mal alle, ihr seid alle, die gestorben sind. Komm mal wieder in die Gruppe R2. Und zum RebellenHQ. Ich mach jetzt auch. Ich hab einen vom Polizei, der vollgeloopt hat, einen Headshot gegeben. OneHit. Ja, stimmt. Wer ist ein Co-Pilot von dem Orca? Ich. Lieg mal kurz weiter, Matte. So. Ich muss was trinken. Dann kannst du auch so machen. Ja, go, ja, das kannst du so gut. Die Frage wär jetzt auch bei Fliegenkamera nicht. Eigentlich nicht. Probier das Ding einfach in der Luft zu halten. Und sonst machst du Autohover an. Oh oh. Oh oh. Ich bin wieder ausgerüstet. Oh man. Ich hab mal Autohover angemacht. Ja, warte bis Nils wieder fertig ist. Bitte. Weißt du was? Ich trink jetzt einfach so nebenbei. Ah, scheiß Kohlerflasche. Na man, jetzt leer. Ähm. Wir sehen so aus, wenn wir abstürzen bei mir grad. Ne, ne, ne. Ist schon mal ein Dezing? Ja, ist ein Leck. Ich häng auch so schräg an. Ja, ich auch. Ja. Aber Andy, du kannst eigentlich Shadowplay anmachen. Denn das war eine 32 Minuten Aufnahme. Das geht ja eigentlich. Also so 20, wenn wir das beim nächsten Mal einfach geordnet machen. Ab einem bestimmten Punkt halt. Aber ich glaub ich müsste auch mal neu starten, damit das funktioniert. Weil Shadowplay so schäbig ist. Ja, kannst du jetzt ja noch kurz machen. Nein, ich hab mich jetzt ausgerüstet. Ja, könnte ich eigentlich sagen. Was ist denn ein Shadowplay? Ein Aufnahmeprogramm von... Ja. Was ist mit Wraps? Da fliegt ein Heli rechts von uns zum Druggeater. Wollen wir den aufknöpfen? Nein, nein. Die hängt unser Streck in der Luft. Das sind die Leute, die uns die Kohle schicken, weil wir die Cops ablenken lassen. Shadowplay erstellt keine Dateien, wenn man aufnimmt. Okay. Ja, und das ressourcenschonende allgemein. Also du hast mehr FPS beim Spielen. Ja, ich hab immer noch 15 Minuten. Ja, gut. Jetzt ist es auch für Chris interessant. Fliegt ihr gerade oder was machen wir gerade? Ja. Ich lande jetzt. Ich bin gerade im Anflug. Lol. Weil ich bin ja schon die ganze Zeit schreit in der Luft. Wo fliegt ihr gerade hin? Ihr müsst zum Gewaltanko, gell? Ja, machen wir doch. 1,3 Kilometer. Okay.